Punkt 10, jeden Tag ein Trade. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem täglichen Trading-Webinar. Wir sind am Ende der Woche angelangt. Es ist Freitag, der 29. September. Auch heute möchten wir zusammen mit Ihnen natürlich wieder die Märkte screenen, hoffentlich schöne Trading-Ideen finden und natürlich auch Ihre Fragen beantworten. Wie gewohnt starten wir obligatorisch natürlich auch mit dem Risikohinweis. Bitte beachten Sie bei Admiral Markets, handeln Sie mit Hebelprodukten. Der Hebeleffekt kann für, aber natürlich auch gegen Sie arbeiten. Alle Informationen und die möglichen Trades unseres Moderators bitte nicht als Anlageberatung missverstehen. Unser Geschäft ist nur die Ausführung dieses Webinar daher als Informations- und Bildungsangebot. Die Handelsentscheidung treffen Sie wie gewohnt selbst und in Eigenverantwortung. Ja und wie gewohnt am Ende der Handelswoche am Freitag begrüßt uns Dirk Frischewski, wird uns durch die Märkte leiten. Lieber Dirk, ich will dich auch gar nicht, die Teilnehmer auch gar nicht legen auf die Folterspann. Du bekommst jetzt Wort und Monitor von mir und dann kann es losgehen. Foltern. Die Folterspann ist gut. So, ich hoffe man kann mich gut hören und sofern man auch den Monitor sieht, dann wäre das alles schön. Genau, alles perfekt. Wir sehen dich und hören dich. Super, gut. Ja, was haben wir heute als Besonderheit? Erstmal der Blick auf den Kalender auf jeden Fall. 29. September bedeutet letztendlich auch letzter Handelstag für den Monat. Aber auch, wenn man sich mal das durchreitet, letzter Handelstag für das dritte Quartal. Also mit anderen Worten, der Oktober ist also gleichzeitig nicht nur Monatsbeginn, sondern neuer Quartalsbeginn. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Warum auch die ein oder anderen Währungspaare heute auch ein bisschen schon nochmal gegensteuern, im Gegensatz zu den Bewegungen, die sie jetzt die letzten Handelstage so vollzogen haben. Beispielsweise auch der Euro, der ein bisschen hier schon mal über die 1,18 gelugt hat. Und auch das Währungspaar Euro Pfund, das hier in Richtung schon mal 0,88 nochmal nach oben zurückgelaufen ist. Es sind ein paar schöne Angebote in den letzten 30 Minuten da quasi gewesen, hier auf sogenannte Counter-Trend-Szenarien zu setzen. Also sprich, auf diese kurzfristige Aufwärtsbewegung in diesen Währungspaaren wie Euro, US-Dollar und Euro Pfund mit einer Short-Bewegung zu antworten. Und dann aber auch schnell wieder diese Gegenbewegung mitzunehmen. Vorsicht, wie gesagt, das ist immer so beim letzten Handelstag im Monat auch vor allen Dingen, dass man da bei Währungspaaren auch nochmal eine kurzfristige Gewinnmitnahme-Sache sieht. Da wird halt einiges realisiert dann, wenn das doch bereits ganz gut gelaufen ist, gerade was Euro-Short angeht. Was den DAX angeht, den haben wir ja hier auf dem Monitor. Dazu zunächst einmal erstmal eine ganz andere Geschichte nochmal hier komplett frei machen, damit der Chart ein bisschen mehr zu sehen ist. Wir haben ja hier im Bereich dann auch des Navigators, haben wir hier ja die verschiedenen Möglichkeiten, uns Dinge reinzuschalten. Ob Sie das beispielsweise beim Download von dem MT4 Supreme gemacht haben, um beispielsweise Variante, haben Sie genauso natürlich auch noch die Möglichkeit, einen MT5 jetzt mittlerweile da ja runterzuladen und den auch schon eine ganze Weile auszuprobieren, via Demo. Also das gerne nochmal als Erinnerung, weil dann wohl wir auch hier demnächst nochmal auf MT5 umschwenken werden. Also ich werde es wohl auch wahrscheinlich dann auch tun. Wir haben hier im Bereich des Charts, haben wir ja wie üblich hier das Pivot-Tool. Das Pivot-Tool finden Sie hier natürlich auch im Navigator. Und was Sie natürlich noch zusätzlich finden, wenn Sie runtergehen in Richtung Experten, dann haben Sie hier das Mini-Terminal. Das Mini-Terminal können Sie dann mit den verschiedenen Zusätzen hier, was Sie momentan in dem neuen Paket dann schon drin haben, dann hier reinladen bzw. hochladen bzw. anfangen. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich mich hier plötzlich verklickt habe und hier sich noch was tut. Solltest du hier schon einen Fehler entdecken im Hintergrund, bitte sofort schreien. Nein, es hat scheinbar hier schon funktioniert. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt sehen, um das mal zu schließen, haben wir hier im Bereich rechts schon hier ein paar Neuerungen. Wenn wir hier zum Beispiel auch mit der Maus drüber gehen, sehen wir hier gerade beim DAX-Bereich. Können Sie auch mit der Maus hier Stop and Loss und so weiter, können Sie hier die jeweilige Orderletter hier bedienen. Zusätzlich Mini-Terminal, was sich jetzt hier gerade lädt. Heute Morgen, ein bisschen langsam sehe ich hier gerade. Da kann man hier dann auf diesen braunen Button nochmal klicken und hat hier nochmal die Möglichkeit, konnte nicht akzeptiert werden, wenn es sich hier aktiviert ist. Wie auch immer, jedenfalls jetzt erst einmal nochmal zusätzlich als Erläuterung, wenn Sie das hier im rechten Bereich vor allen Dingen sehen, wo Sie nochmal eine schöne Übersicht über alle, wirklich alle einzelne Dinge haben. Für den einen oder anderen mag das vielleicht erleichternd sein, für den anderen am Anfang vielleicht etwas verwirrend, aber man kann sich da relativ schnell reinfinden. Und wenn wir jetzt hier gerade beim DAX sind, wo man ja natürlich dann auch Voreinstellungen vornehmen kann, was die Lot-Anzahl angeht, wenn wir in zwei zu viel sind, kann das natürlich auf eins runterscrollen, beziehungsweise zwei drin lassen und dann dementsprechend auch noch operieren am Stop Loss. Also jedes Mal, wenn man eine Position eröffnet, ob mit Sell oder mit Buy, hat man einen Stop Loss beispielsweise voreingestellt, dann auf 20 Punkte. Und natürlich dann umgekehrt auch mit diesem ganzen Ding, was den Take Profit zum Beispiel auch angeht. Volumen, auch das hier können Sie nochmal schnell ändern, also quasi nichts anderes als eine Umänderung, eine schnelle Umänderung, um das hier nicht oben umständlich hier scrollen zu müssen, beziehungsweise manuell eingeben zu müssen, klicken Sie einfach auf das, was Sie eigentlich handeln wollen, sprich hier eins gleich ein Lot zum Beispiel. Obendrein hier haben Sie offene Positionen, Kontainformationen, Chart-Controls, nochmal hier auch die verschiedenen Timeframes, also quasi aber auch noch die Möglichkeiten, dann hier auch nochmal Handelsgrößenrechner auszuprobieren. Also arbeiten Sie sich da mal per Interesse durch. Wer es noch nicht installiert hat, findet man ja dann in dem Traders Room hier, ja, Admiral Markets, Sie haben dann hier auch noch die Möglichkeit, Margin Calculator, also jetzt nennen Sie Ihre Margin auch noch zu berechnen. Grundsätzlich habe ich schon des Öfteren hier in Webinaren erläutert, gibt es diese sogenannte 1%, 0,5% Regel. Leute, die viel traden, auch in Richtung Scalping-Stil vielleicht verwenden, nutzen vielleicht sogar noch eine weiter nach unten skalierere Version, vielleicht sogar eine 0,25% Regel. Diese Dinge bitte mal auch mal sich angucken. Nicht verzagen, Google-Fragen heißt es immer. Da gibt es auch einige Informationen darüber. Das wird jetzt sonst alles noch zu weit laufen. Wir haben ja hier nur eine begrenzte Zeit. Wir gucken uns jetzt Währungsbarre an. Insofern Sie ein paar Wünsche haben, tippen Sie das natürlich auch noch rein. Und ich bekomme das hier dann per Auswahl vom Co-Moderator beziehungsweise Moderator hier auch noch zusätzlich angezeigt beziehungsweise gesagt. Wir fangen mal an mit dem DAX. Wir gucken uns hier auch explizit die jeweilige Stufe an und vor allen Dingen auch, was die FIBUS angeht. Wir haben hier nach wie vor eins von den wichtigen Kurszielen, nämlich hier oben. Das ist jetzt nämlich das Rekordhoch. Das Rekordhoch, was hier bei Xetra DAX zumindest bei 12.951,54 Punkten liegt. Wenn wir hier auf die Nadel drauf gehen, haben wir hier im Bereich 12,954, also nicht wirklich marginal höher, in diesen Bereichen. Das haben wir hier mit dem Verlaufstief dann daran angelegt. 11,866 aufgrund dieser FIBO bekommen wir jetzt hier letzten Endes hier die neuen FIBO Retracements auch noch ausgeworfen. Beispielsweise jetzt hier in dem Bereich hier auch das 61,8 Retracement, was wir hier im Bereich dieser 12,530er, 12,540er Bereiche haben. Und dann habe ich hier schon seit vielen Wochen diesen blauen Kasten hier eingezeichnet. Also letzten Endes diese sogenannte Trading Box, wo wir jetzt hier drüber gelaufen sind. Und jetzt auch in diese von mir schon mal geteaserte Shortzone jetzt hier reinlaufen. Da sind wir im Bereich dieser 12,720 bis 12,750 ganz gut drin. Der DAX ist hier mit einer Position, wie man hier links sieht, mit einer Sell Order hier unterlegt. Und zwar ist der Stop, der Stop-Loss mittlerweile gerade auf dem Tageshoch, also rund um diese 12,753. Das sind von dem Eingang der Position gerade mal 20 Punkte. Also nicht die Welt. Das ist ein erster Tretversuch. Sollte der in die Hose gehen heute Morgen, dann geht der in die Hose. Sollte der DAX tatsächlich hier nochmal impulsiv in Richtung nordwärts steigen, dann sind wohl eher erst wieder Short-Szenarien denkbar im Bereich das kurz unterhalb des Rekordhochs und auch kurz oberhalb des Rekordhochs. Weil rein von der Vorstellung natürlich, dass wenn Leute auf dem DAX Short aussehen, längerfristig betrachtet, um einen Swing mit nach unten mitzunehmen, dann sind sie wohl eher darauf bedacht zu sagen, da gucken wir in Richtung Rekordhoch und schauen, dass wir in diesem Bereich rund um diese Rekordhochs einsteigen. Manche haben dann auch schon bereits den Stop-Loss um dieses Rekordhoch dann gelegt. Und da ist es natürlich dann relativ nahe der Gedanke, dass dieses Hoch hier nochmal dann explizit nach oben weggeschossen wird, also durch den Short-Squeeze noch ausgenommen wird, damit halt die, die auch noch aus ihren Short-Positionen rausgesqueest werden. So weit ist es noch nicht. Natürlich spreche ich nicht nur vom Short-Setup, sondern auch vom Long-Setup. Wir gehen mal ganz kurz auf den Stunden-Chart. Das ist ein bisschen langsam jetzt gerade, sehe ich. Warum auch immer. Macht da gerade hier ein bisschen Stress heute Morgen. Ich glaube, du hast ein paar zu viele Charts auf dem Deck. Das kann auch sein. Da ist er irgendwann am Meckern. Na gut, das wird sich eh bald er übrigen. Dann wird das letzten Endes dann fort sein. Die, das Mini-Terminal, weiß ich nicht, inwiefern das jetzt hier die Rolle spielt. Die jeweiligen Verläufe, ich kann das jetzt auch gar nicht mehr scrollen, sehe ich hier gerade. Irgendwie anders jetzt. Das habe ich jetzt gestern installiert. Jedenfalls die jeweiligen oberen Bereiche, die wir jetzt hier sehen, und zwar in dem Bereich des Widerstands 1 und des Widerstands 2, die natürlich hier kurzfristig als interessante Long-Ziele noch vorhanden sind, die kann man natürlich jetzt noch angehen. Was jetzt hier heute Morgen von der volkswirtschaftlichen Datenseite zumindest schon reingekommen ist, sind beispielsweise die Arbeitsmarktdaten von Deutschland für den September. Die Arbeitslosenquote, also die Arbeitslosenrate, Entschuldigung, ist auf 5,5 Prozent hier reingekommen. Also nochmals besser. Da kann man überhaupt nicht meckern. Und aktuell von der politischen Seite zumindest auch sieht das doch danach aus, dass auch da der DAX vielleicht noch ein bisschen Feedback noch bekommt, obwohl die Regierungskoalition, die da demnächst am Drücker ist, die formiert sich so langsam. Also man darf auch soweit wohl auch sagen, dass die Herrschaften wohl auch besser eine Regierung zustande bringen, weil wenn sie es nicht zustande bringen, wäre das nicht nur ein schlechtes Zeichen, sondern dann würden sie wahrscheinlich bei den Neuwahlen noch schlechter abschneiden. Von daher wegen wäre das wohl auch nicht in ihrem Interesse. Also man wird wohl versuchen, hier dort eine Koalition à la Jamaika-Bündnis zu schmieden. DAX ist letzten Endes hier im Bereich dieser 12.737 hier auf diesem Niveau relativ schon stark überkauft auf längere Frist. Jetzt muss ich hier nochmal parallel auch nochmal in ein anderes Setup gucken, weil ich hier letzten Endes hier diese zwei Sachen hier nicht parallel öffnen kann. Die jeweiligen Punkte, die wir beispielsweise bei einem Währungspaar jetzt sehen, ich schwenke jetzt mal auf das Eurofund. Die haben heute Morgen zum Beispiel auch schon mal noch zusätzliche Volatilität bekommen, weil hier heute Morgen zum Beispiel auch der Bank of England-Chef Mark Carney hier bei der BBC in einem Interview schon schwer aktiv war. Also recht früh am Morgen hier Interview bei BBC und egal was jetzt beispielsweise auch kurzfristig für Eruptionen hier bei diesem Währungspaar sorgt, auch erst einmal hinfällig, was noch momentan bei den Brexit-Verhandlungen noch immer nicht ausgegoren ist, also quasi noch immer noch keine richtig rote Linie zu finden ist bei den Verhandlungen. Das Währungspaar wird auf ein Stück weit erst einmal von den Zinsunterschieden dann weiterhin getrieben sein. Das heißt also, wenn man hier davon ausgeht, dass in Richtung Dezember tatsächlich oder vielleicht sogar, um Gottes Willen, das kann ja auch ein Stück weit vorher sein, aber jedenfalls eher wohl in Richtung Dezember, ein Zinsentscheid hier bei der Bank of England, also eine Zinserhöhung auf 0,50 Prozent bringt, dann kann man schon davon ausgehen, dass der Devisenmarkt hier auch ein Stück weit das hier versucht vorwegzunehmen. Also man kann sich hier jetzt letzten Endes, wenn man dann auf den Tageschart schwenkt, dass man dann letzten Endes hier sieht, dass hier diese Box 0,90, 0,93 hier wohl erst einmal nochmals kurzfristig nochmal angepeilt werden könnte, daran scheitern wird und letzten Endes dann nochmal wieder nach unten senkt. Also sprich, wir könnten also wieder dann mit einer Erstarkung des Funds rechnen. Wenn wir das auf FIBUS nochmal münzen, vom letzten Jahreshoch hier, runterzugs auf diese Verlaufstiefs, haben wir zumindest noch Rückläufermöglichkeiten. Ich gehe auch nochmal hier explizit raus, um das hier nochmal wegzupacken. So, und zwar haben wir jetzt hier im Bereich dann nochmal einen Rückläufer, den wir hier mit der horizontalen Linie einfach markieren, im Bereich dieser 23,6er Fibonacci. Also es wäre rund um diese 0,88, 80 beinahe. Das wäre nochmal eine interessante Sache, dass man in diese Richtung hier aufwärts dann entweder darauf hart, dass da das Währungsbar reinläuft, dass man nochmal einen neuen Short hier in den Markt begeben kann oder dass man hier eben noch auf ein Setup jetzt setzt, auf sogenannten Counter-Trend, also letzten Endes auf ein Long-Szenario in Richtung dieser 23,6er Marke. Das ist eine Option. Und damit ist das schon auch erstmal kurzfristig dargestellt, weil es heute am letzten Handelstag des Monats noch zu kurzfristigen, vielleicht auch nicht ganz rationalen Bewegungen hier noch kommt. Und dann kommen wir zum Bereich Gold. Du sagst mir schon im Hintergrund da noch Bescheid, wenn wir nochmal hier irgendwie einen expliziten Wunschmark noch haben. Ja, wir haben einige, genau. Wir können dann danach heraufstehen, kannst du erstmal aufs Gold gucken und dann können wir da durchgehen. Gut, ich wollte nämlich danach noch WTI machen, falls das vielleicht auch noch deinem Plan gefragt war. Wir gucken mal hier im Bereich dieser letzten, ja doch relevanten Marken und zwar rund um diese 1300er Marke. Wir gucken und markieren hier aber auch gleichzeitig diese letzten Verlaufshochs, die auch gleichzeitig natürlich jetzt hier mit der Anlage diese Fibo-Retracements dann bilden. Und dann schauen wir vor allen Dingen auf zwei, drei Marken, die hier interessant sind. Das ist einmal, da markieren wir die auch noch gerade mit. Das ist hier das 50-prozentige Retracement und da hat Gold nämlich hier relativ sauber jetzt gedreht. Und zwar war das hier rund um diese Marke von 1280, 1281. Wenn wir zurückgehen, das ist angelegt auf dieses Verlaufstief von 1205 knapp, auf das Jahreshoch hier in dem Bereich, die ist 1357, also 1358 nahezu. Und daran angelegt kommen diese 50-prozentige Fibo-Nachie-Marke hier zustande. Weitere, tiefere wäre hier im Bereich dann als nächstes Setup gewesen, um auf einen Relong, Counter-Trend-Long hier im Bereich 61,8 der Fibo zu setzen. Momentan wird das hier erstmal gespielt. Das ist hier auch mit einem Buy unterlegt. Das Gold ist hier mit einem nur Mini-Lot gehandelt. Das ist ein Kauf im Bereich dieser 1287er-Marke. Und der Stop-Loss ist 10 Dollar drunter im Bereich der 1277, also unterhalb dieses 50-prozentigen Fibonaccis. Und auch hier, wenn wir sehen, auf diese letzte Tageskerze hier nochmal da gerade anlegen, knapp unterhalb des Tagestiefs vom gestrigen Handelstag. Also wenn wir auch noch Gold anschauen jetzt im Bereich des Monats- und auch Quartalsblicks jetzt in Richtung des Jahresendes, kann man hier zumindest, auch wenn man die geopolitischen Spannungen nochmal ein bisschen reinbringt, und auch die US-Steuerpläne, die da immer noch einiges vermissen lassen an Finanzierbarkeit, Gegenfinanzierbarkeit und vor allen Dingen auch Belastung vielleicht sogar für den US-Dollar. Dann könnten wir sogar davon ausgehen, sollte nämlich der US-Dollar nochmal nach wegknicken, sprich schwächer werden, wird das durch die Koalition, nicht Koalition, sondern Korrelation für den Goldpreis dann auch bedeuten, und dass er wieder ein Stück weit aufwertet. Heißt also, dass wir da in Richtung der 1300er-Marke und drüber uns wieder bald befinden werden. Also das ist zumindest die These, wo auch dieser Trade noch zusätzlich noch fundamental ein Stück weit untermauert wird. Momentan sieht es noch ganz nett aus. Sowas kann am letzten Handelstag hier auch nochmal ganz kurzfristig drehen, wo man quasi sich am Kopf kratzt, wieso ist das plötzlich so schnell weggeballert. Das kann ganz schnell passieren. Wir lassen es jedenfalls erstmal jetzt mit diesem 10-Dollar-Stop hier und ziehen den relativ schnell nach, sofern wir schon mal in die 12-90er langsam kommen, dass wir hier schon anfangen, darüber nachzudenken, den möglichst schnell dann wieder auch auf den Entry zu ziehen, um auch nicht mehr hier irgendwelche Punkte, Cent, Dollar zu verlieren. WTI, wo haben wir WTI? Das wollte ich jetzt nächstes noch machen. WTI. So, wir haben die langfristige Abwärtszentlinie ja eine ganze Weile jetzt schon übersprungen. Wenn wir allein nur auf die kurzfristigen FIBUS hier schauen, bewegen wir uns jetzt hier schon wieder im Rückwärtsgang. Rückwärtsgang, weil wir hier ein kurzfristiges Beigeeignis an einem Tag hatten, und zwar am gestrigen Handelstag, und dann ging es in den Rückwärtsgang. Was ist denn dahinter? Was kommt da für Fundamentales über die Ticker gelaufen? Gut, auch da ist es vielleicht ganz interessant, wenn man sich mal überlegt, Sie sind US-Ölproduzent und auch US-Gasproduzent und Shale-Gas, also Schiefer-Gas, Schiefer-Ölproduzent, und Sie freuen sich natürlich über diese letzte Bewegung hier, die Sie hier gesehen haben, die Sie ja quasi von rund 45 auf nahezu 52 drüber, kurz vor dem Sie hier, geschwappt hat, und freuen sich über diese aktuellen Preissteigerungen. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, dass Sie möglichst versuchen, auch bei diesen Preissteigerungen davon profitieren zu wollen. Also Sie versuchen zumindest dann auch in diesen Bereichen dann wieder mehr zu produzieren. Gleichzeitig nagen Sie dann darüber, bohren Sie wieder an Ihrem eigenen Untergang, nämlich je mehr Sie dann produzieren, umso eher wird der Preis dann auch schon wieder ein Stück weit in Richtung Süden fallen. Also es ist so ein bisschen natürlich eine kranke Sache. Genauso mit den OPEC-Geschichten, wenn man dort diese Produktionskürzungen, wie ich schon öfters erwähnt hatte, dann eben durchspielt, dass man da halt eben auch Produktionskürzungen durchsetzt auf OPEC-Seite, aber auf der anderen Seite in den USA, dort dann wieder der Hahn weiter aufgedreht wird und versucht wird, dem diese Lücke gerade wieder aufzufangen. Wer Daten besessen ist, und auch das ist wichtig, dass man Daten besessen ist, jeder Trader sollte ein Stück weit da auch Daten-Junkie nämlich sein. Was Öl angeht, und auch gerade jetzt 2017, 2018, da sind wir jetzt gerade in so einer Phase, wo mit OPEC und auch anderen Lieferanten zusammen die Ölnachfrage momentan leichten Übergang hat zur Ölproduktion. Also das ist eigentlich ganz nett, deswegen auch hier ein bisschen zu erläutern, dass der Ölpreis tatsächlich auch fundamental unterlegt ein bisschen steigt. Wenn wir dann in Richtung 2018 schon gucken, was die Prognosen angeht, ja, dann sehen wir dann schon wieder, dass dort bald wieder ein Überhang dort sein wird, selbst wenn diese OPEC-Produktionskürzungen dort zutage kommen und zustande kommen, so rum. Also das sind alles nochmal ein paar Punkte, die dann natürlich typisch, wie bei jedem Rohstoff und bei jedem überhaupt Handelsgut, eine Rolle spielen. Angebot und Nachfrage sind natürlich da auch nochmal ein Stück weit dort von Interesse. Politisch haben Sie mit Sicherheit mitgekriegt, kommt da rein, beispielsweise solche Dinge wie Unabhängigkeitsbestreben von Kurdistan. Das ist eine erdölreiche Ecke und das gibt Trubel zwischen Türkei, Iran und Irak in diesen Bereichen. Und rein natürlich, weil die auch jeweils mit den Volksgruppen in ihren eigenen Ländern natürlich dann auch da möglicherweise durch Stress geplagt sind. Die weiteren Wunschmärkte, ich weiß nicht, hast du noch einen speziellen? Sonst würde ich im Bereich der US-Indizes nochmal reingehen. Ansonsten sag mir bitte, und dann noch ein Einzelner. Also wir haben noch einige Forex-Märkte, die wir uns anschauen können. Alle werden wir aber so oder so nicht schaffen. Wenn du möchtest, ein kurzer Blick auf das Cable, britische Funt-US-Dollar. Cable, Cable. So, ist ja überhaupt nicht mein Währungspaar. Aber das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Wir gucken zumindest weiterhin, ist ja sogar, wenn wir hier in die alte FIBO-Bereiche reingucken, die ich auch beim letzten Mal hier schon aufgelegt habe, sind wir tatsächlich hier in diese Bereiche vorgedrungen, die die Projektionen hier von 161,8 hier bei 135,70 hier nach oben durchlöchert haben. Und wir haben uns wieder nach unten abgesetzt. Sieht also dementsprechend, wenn wir das jetzt auch nochmal umgekehrt angucken, tatsächlich dann auch danach aus, dass wir hier im Fund jetzt erstmal wieder einen Zwischenhoch gesehen haben. Und dieses Zwischenhoch natürlich jetzt erstmal abgebaut wird. Dieses kann noch ziemlich wahrscheinlich auch noch hier von dem RSI nochmal ein Stück weit vielleicht angeschaut werden. Hier zumindest haben wir schon mehrfache Bereiche, wo das Pfund gegen den Dollar hier stark überkauft war, wo wir hier in den Bereichen auf jeden Fall auch auf Tagesbereich hier sehr stark überkauft waren. Also das schon mal auch dadurch ein Stück weit noch mit unterlegt. FIBOs umgekehrte Anlage bedeutet letzten Endes, dass wir vom letzten Verlaufstiefs auf dieses Hoch hier anlegen. Und hier auch nochmal schauen, wo wir gerade hier auch drauf landen. Wir sind hier also zumindest in Reichweite dieses 38,2 erst im gestrigen Handelstag gelandet, was hier als ja noch ein Stück weit hier wohl gestützt hat. Also wir sind hier im Bereich dieses Tiefs, wo wir 1,33,42 hier sehen. Zumindest auch nochmal mit einem relativ breiten oder weiten, sage ich mal, Stop-Loss-Level hier ausgestattet vom Markt. Allein nur von der Candle jetzt hier, von der Tagescandle, wenn man das auf Tagesbasis handelt, beziehungsweise auf Tagesbasis hier auch die Analyse betreibt. In diesen Bereichen kann man natürlich, so weit tief sollte man natürlich bei einem neuen Setup hier mit einem Long nicht gehen, dass man hier dementsprechend so weit den Stop-Loss anreißt. Es sei denn, man hat einen Swing vor, sprich über mehrere Tage oder sogar 1-2 Wochen, dass man sagt, man will hier eine Rückbewegung zu dem letzten Zwischenhoch von diesen 1,36,60 hier erreichen. Das wäre eine Option, sofern hier diese Stabilisierung hier tatsächlich hier auch sich manifestiert und den Richtungen im Nachmittag dann auch vor allen Dingen durchhält, dass wir sagen, dass wir hier über diese 1,34,50 wieder zurück nach oben laufen. Das wäre eine Option. Jetzt aktuell Bereiche und Shorten würde ich jetzt nicht tun, würde ich jetzt erstmal sogar in Richtung US-Session, so Richtung 14,14,30 nochmal abwarten, ob es in diesem Bereich auf diesem selbigen Kursniveau das noch dahin hangelt oder ob es tatsächlich schon wieder Gas kriegt und nach oben geht. Dann könnte man nochmal kurzfristig drauf springen. Das sind aber Sachen, die man auf jeden Fall dann auf jeden Fall mit einem 30 bis 50 Punkte Stop-Loss doch eher handeln sollte. Ein bisschen Raum braucht das. Was haben wir? Ich habe noch vorhin noch drüber nachgedacht, etwas zu analysieren, was wir nicht so oft auch in der Analyse drin haben. Und zwar haben wir, wo haben wir es denn? Euro New Zealand Dollar, den wir ja schon ein paar Mal vor Wochen oder vielleicht sogar vor einem Monat in der Analyse hatten. Und den ich bei Guidance im Desktop auch vorgestellt hatte als Trade-Szenario. Da ging es um einen Euro New Zealand Dollar Long, der im Bereich, wo wir ja fast schon wieder sind, in den Bereich rund um diese 1.62, 1.63er Sphäre, dass er dort in Richtung Long bis in Richtung 1.65, 1.68 und darüber hinaus gehen soll. Das wollte ich noch ganz gerne nochmal kurz näher beleuchten. Das werde ich hier im Wochenchart sogar darstellen, indem wir das nochmal ein bisschen stauchen und auch nochmal schauen, woher sowas in Richtung überhaupt kommt, wo auch Kursziele vielleicht ein Stück weit herkommen könnten. Und zwar gehen wir von diesem Kurzfristigen hoch hier bis auf das letzte Verlaufstief. Wir sind hier im Wochenchart, also haben wir hier jetzt dann auch eine interessante Marke wieder direkt vor den Augen. Das ist einmal hier diese 50-prozentige, an der man sich jetzt hier abgearbeitet hat. Also so rund 1.66, 1.66, 20. Und wenn wir dann hier schauen, eine 1.68, ein 1.68 Retracement ist immer wieder interessant. 1.71, 1.71, 50. Das wäre hier zum Beispiel dann auch auf der Long-Seite ein interessantes Kursziel. Vor allem interessant, wenn man sich auch noch andere Investmentbanken anschaut, die Kursziele auch für so Währungspaare natürlich rausgeben und sich vorstellen können, dass da das Euro-New Zealand-Dollar-Währungspaar auch tatsächlich so mit Kurszielen unterlegt wird, mit 1.70, 1.72. Ist dann schon wieder etwas schön und man schmunzelt dann wieder auch, weil letzten Endes sind wir alle da im gleichen Boot, weil wir nämlich mit diesen sogenannten FIBO-Retracements auch ein Stück weit Kurszielprognose dann eben betreiben. Heißt also, zwischen 1.70 und 1.72 sind da halt eben letzten Endes mit diesen Kurszielen, die man so hört, direkt um diese 1.68 hier. Also, das nur nochmal davon gesprochen und dann gehen wir auch nochmal zum wichtigsten Währungspaar, überhaupt zum meistgehandelten Währungspaar und zwar Euro-US-Dollar. Auch hier nochmal, lassen Sie sich wirklich nicht abschrecken, sich mit vielen technischen Dingen auseinanderzusetzen und auch vor allem technische Analyse bis ins letzte Detail zu betreiben. Wenn ich beispielsweise mal auf Guidance nochmal kurz schwenken darf, da hatte ich beim letzten Bereich, ich weiß gar nicht, wo ich es geschrieben habe, habe ich es hier geschrieben, genau. Erholungstendenzen wären kurzfristig bis zur Marke von 1.1774 möglich, dann darüber hinaus, hier sind wir jetzt sogar gelaufen. Derzeit könnte auf der Short-Seite vor allen Dingen das Zwischentief bei 1.1662 anzupallen sein. Also, wenn wir jetzt dann schauen, 1.1662, wo hat der Kerl das schon wieder her? Wir sehen ja letzten Endes dann, dass wir einfach aus dem Chartbild, Tageschartbild, dann noch relativ, dann auch schnell uns Verlaufstiefs herauspicken können und da sind wir hier mit diesem Verlaufstief, mit dem letzten relevanten Verlaufstief, dann hier ganz gut bedient. Auch das nochmal, alle Marktteilnehmer, und da schließe ich mich auch nicht mit aus, sondern wahrscheinlich sind die meisten da in der Richtung auch unterwegs, die kochen mit dem gleichen Wasser, wenn ich heute Morgen beispielsweise eine Euro-US-Dollar-Analyse einer Investmentbank lese. So zitiere ich einfach mal jetzt in diesem Fall nur so zwei, drei Passagen, wo man dann sieht, nach unten hin, sollte obige Marke durchbrochen werden, entstünde zunächst Potenzial bis 1.1661. Also man sieht, es sind natürlich auch gar keine anderen Daten möglich, weil letzten Endes ein Zwischentief ist ein Zwischentief. Das sehen Sie, das sieht der Morgan Stanley Banker, das sieht der Züricher am Desk von irgendeiner Regionalbank, die auch Devisen handelt, das sieht der Japaner, der in Tokio bei Mitsui im Handelsdesk hockt und das sieht auch genauso beispielsweise ein SunTrust Banker aus California, der eben so Devisen handelt. Also sie orientieren sich letzten Endes auch an diesen Marken und diese Marken werden dann angerissen, angetestet und letzten Endes umspielt. Und jetzt gucken wir, dass wir hier diese Reaktion, diese kurzfristige Rücklaufreaktion noch mit einfangen, indem wir jetzt hier auch die ganzen Euro-US-Dollar-Chart nochmal komplett nackt machen, das alles rausziehen. Und nochmal nackt auf den Chart im 4-Stunden-Berg, im Stundenbereich nochmal blicken und hier nochmal schauen, inwieweit wir nicht nur auf der Oberseite, sondern uns auch noch kurzfristig auf der Unterseite nochmal vom letzten Verlaufstief, was wir hier haben, im Bereich dieser letzten 4-Stunden-Kerze nochmal kurzziele auf der Unterseite kurz angucken, wo wir zumindest sehen, wo wir noch hinlaufen können. Einmal 38,2er, 50er und 61er, wo wir im Bereich diese 1,17, 1,17,50, 1,17,55 nochmal landen. Und umgekehrt, wenn wir das Ganze jetzt nochmal vom letzten relevanten Verlaufs hoch, und zwar sind wir da schon, und dann müsste ich schon wieder in 4-Stunden-Chart, um das besser darzustellen, gehen, gehen wir auf das Jahreshoch bei 1,20,93 und aktuell auf dieses 1,17,17 Nativ, Moment, jetzt muss ich nur kurz überprüfen, 1,17,16,5 1,17,17, also in dem Fall eine Kerze weiter, hier dann eben angelegt. Und dann sehen wir schon wieder ein Stück weit auch hier auf 4-Stunden-Basis, wo hier aktuell schon wieder der Markt sich ein Stück weit hier dran aufhält. Diesem Markt gilt es jetzt erst einmal hier tatsächlich nochmal zu schaffen. Momentan sieht das nicht danach aus, prallen wir noch ein Stück ab, mit großer Wucht, kommen wir dann wahrscheinlich dann in Richtung 11 Uhr dann nochmal dran. Wenn ich das jetzt nicht komplett durcheinander werfe, haben wir um 11 Uhr Preliminary Consumer Price Index, glaube ich, von der Eurozone. Das wäre dann in dem Fall der vorläufige Verbraucherpreisindex der Eurozone um 11 Uhr, wo man nach ein Stück weit auch nochmal drauf zu achten hat. Heute Morgen kamen da schon französische Verbraucherpreise, die auch nach oben hin ein Stück weit noch beschleunigt haben. Also das sind auch mal ein paar fundamentale Daten, die auch noch zusätzlich dazu geführt haben, dass wir eine leichte Aufwertung hier bei Euro-Szwelle heute Morgen nochmal gesehen haben. So, jetzt habe ich schon wieder überzogen. Ich habe da aber auch am Anfang nochmal explizit das mit dem Mini-Terminal nochmal erläutert, damit man das auf jeden Fall nochmal explizit nochmal für sich entdeckt. Also da auf jeden Fall sollte man da Schwierigkeiten haben, das einzubinden oder irgendwie zu bedienen und auch Rückfragen haben, dann sind mit Sicherheit die Kollegen von Admiral Markets der richtige Ansprechpartner, ob per Telefon oder per Chat oder wie auch immer. Mit Sicherheit wird da gerne weitergeholfen. An der Stelle sage ich jetzt schon mal vorweg, ein schönes Wochenende, hoffentlich, momentan sieht es schön sonnig aus und eine gute Erholung und vor allen Dingen denken Sie daran, dass wir eine kurzfristige Unterbrechung, Handelsunterbrechung am Dienstag zumindest für den deutschen Markt haben. Dort ist Tag der deutschen Einheit, da fällt der Handel letzten Endes für den DAX aus. Es gibt natürlich genügend andere Märkte, die man handeln kann, aber zumindest darf man nochmal erinnert und von der politischen Seite zumindest am Wochenende auch nochmal ein Ausrufezeichen in Katalonien ist dieses Unabhängigkeitsreferendum. Es wird mal spannend sein, inwieweit sich das jetzt auswirken kann. Ich denke nicht, dass wir hier auf europäischen Märkte Auswirkungen haben, sondern wohl eher auf spanische Anleihemärkte und vielleicht noch dementsprechend auf den spanischen DAX, sprich den E-Bex-35. So, an der Stelle Schluss aus. Okay, wir haben jetzt ich glaube, das ist wahrscheinlich der Rekord für unser Punkt 10 Webinar von der Länge. So lange soll es eigentlich immer gar nicht gehen. Nur wegen Werbung. Ich habe noch ein bisschen Werbung gemacht. Genau, das stört ja auch den Teilnehmern hoffentlich nicht kein Problem. Genau, also vielen Dank, lieber Dirk, liebe Teilnehmer, wir sind natürlich in der nächsten Woche wieder für Sie da. Da natürlich auch der Hinweis, Dienstag wird dann sicherlich ausfallen aufgrund des Feiertages. Also erst mal am Montag sind wir wieder da mit dem Guten Morgen, DAX-Webinar und dem Punkt 10 und dann geht es am Mittwoch danach weiter. Wir haben heute leider Premium Edition zum Mini-Terminal oder auch zu anderen Instrumenten oder zum Meta-Trader und Admiral Markets. Dann kommen Sie doch auch gerne Telefon und still per E-Mail auf Sie zu. Da ist es für uns natürlich einfacher, die Fragen dann auch zu beantworten. Ja, ansonsten das Webinar wurde aufgezeichnet, in Kürze dann auch auf dem YouTube-Kanal. Auch dort können Sie gerne noch einmal reinschauen, wenn Sie Dirk's Analyse noch einmal lauschen möchten. Ansonsten wünschen wir Ihnen natürlich noch einen schönen und erfolgreichen letzten Handelstag, ein schönes Wochenende, vielleicht für Sie auch ein verlängertes Wochenende. Also machen Sie es gut, bis nächste Woche, Ihr Team von Admiral Markets. Vielen Dank, Dirk. Tschüss.